wie ich die störung war so reinzukommen wie hätte ich denn okay ja wie wohl wo ist motion control gar nicht es gibt keine motion control du hast ja ausgemacht deswegen gibt es ja diese dämliche störung ach der rechte stick ist so gesehen hä guck dir das mal an was ist das y ist ja nichts weil y ist eigentlich motion kurz vor wieder zentriert aber es geht ja gar nicht wie soll ich das halten so hält man das ja okay ja hei leute willkommen zu der neuen folge von der scabberzeit mit ingi natürlich denn wir wollen heute ein bisschen wieder ja was wollen wir machen ja du siehst du hast du hast einen gruß gesehen groß gesehen hat ja aus mit ihm geht mal mit ihm habe ich danke für den austauschrank neulich ja ja mehr sagt er nicht die ganze ja er du möchtest er möchte dass du nachts zu ihm kommst und ich sag dir so schon mal nehmen wir ein paar aus dem austauschrank mit also braucht er noch einen davon ja der braucht mal wieder austauschränke okay dann gehe ich einen kauf immer wieder und guckt auch immer mal wieder nachts in dem ding frei wir müssen jetzt sowieso mal ja nachts eventuell in muss immer so machen um die kamera zu drehen ist voll nervig ich will mit dem stick kamera drehen aber das ist für das motion control ja es ist es ist es ist echt es ist echt hat sich gemacht meine bank noch okay wir gucken erst mal genau ein schild freu ich später auch noch aber gucken wir jetzt noch nicht weil jetzt was neues hast du einen neuen trank den luft tragen dieser trank dafür dass sich unter wasser den luftanzeigen wenig längsamer lehrt okay ist doch schon mega lang ist ja wieso braucht man das noch langsamer na egal das ist der ausdauersprang hier muss man sehen ja den soll ich kaufen wir wollen heute ganz viele kisten sammeln loslassen bitte und ein paar cycles erledigen das ist der ziel dieses parts vielleicht auch vom nächsten parat je nachdem wie lange das dauert und danach gehen wir wieder ins nächste gebiet das war glaube ich die wüste also mal gucken geht's jetzt 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 müssten wir wieder genau schlafen und ich will hier nachts um ist was neues die letzten nächte habe ich die stimme aus der toilette gehörst du ja genau das müssen wir auch noch machen das wollte ich auch noch fragen was ist der toilette auf sich hat das ist jetzt ja erst mal mit dem reden erst mal mit dem reden das wird nämlich jetzt super ich kann ja okay ich kann mir auch sagen speicher lieber noch mal hier gleich noch mal einen speicherpunkt ab weil wir es gibt hier zwei arten wie man diese quest machen kann die wir jetzt machen okay ach gebe ich ihn mir gebe ich ihn mir nicht ich muss über etwas sehr wichtiges nachdenken also schwapp nachdenken was ist das wie du willst mir zuhören das rechnet du aber vielleicht bist du genau der richtige du scheinst es zu wissen wie man mit frauen redet so sehr ich es hasse das zuzugeben gut so machen was mike ich habe in den auftrag für dich du darfst dich geärzt fühlen bringen diese pap- dieses papier zu ihr dieses papier ist wichtig du musst es ihr unbedingt geben dass sie das die auf der toilette sitzt klo was da ist dachte mir der papier was quasi da das ist nicht einfach papier das ein brief in jedem einzelnen buchstaben stück deinem herz blut denk nicht mal im traum daran ihn als klopapier zu benutzen gibt diesen brief einer schülerin aus der oberstufe sie heißt die rona du weißt doch wenig ich meine oder sie trägt diese runde mütze sie ist so hübsch und so süß und auf gar keinen fall gibst du diesen brief diesem verrückten auf dem klo schwöre es ich vertraue dir meinen brief an und will du ließ auch nur ein wort wir halten rex brief darin stehen viele persönliche dinge pass auf dass er nicht irgendwo als schmierpapier endet wenn du deine sache gut machst du hast du meinen handlanger werden und jetzt ab mit dir okay also ich denke mal dass man jetzt hier entweder ihm das als klopapier geben kann oder die die quest wirklich richtig war ja genau genau was wir zuerst machen das ist das hier so ich ich würde dir anraten du machst jetzt einen kleinen speicherpunkt an der stelle und so dass du beide sachen video hast weil beide sachen sind meiner meinung nach genial okay was ist wichtiger die liebe gestehen über einen liebesbrief oder klopapier abgeben das ist die oder die rote mütze hat er gesagt das ist die nicht das ist eine runde mütze hat er gesagt also ist es die ja wie mache ich gucken auf mich aufmerksam hallo mike was was willst du hast du mir gehört bike macht das bitte mit der nacht zuerst bitte okay ich dachte mir auch schon weil ich kann überlegen ich möchte die zwei am ende des let's pace zu hasam haben ja ja dachte ich mir auch also anfang dachte ich mir erst mal so näher möchte sie nur an machen und der geschehen interesse aber selber interesse von daher ist möchten das nicht machen also genau gehen wir ins zimmer also ja ja gehen und dann machen wir zwei sachen in der nacht weil der trank war teuer brauchst du eine sache weil du musst ja den sprecherstand beuladen also jemand muss auf toilette und dieser jemand braucht toilettenpapier papier du hast mir papier gebracht ich mache jetzt die tür auf bitte kommen aber bitte ziehe ich an ich bin so glücklich ich bin so glücklich aber das sieht aus wie ein brief willst du das wirklich übergeben ja natürlich danke ich würde es ganz behutsam verwenden aber ich bin eine dame also fragt nicht wofür ich kann mich jetzt noch draufsetzen weil er kann sich wieder draufsetzen aber geh mal geh mal und schlaf mal einmal wieder die nacht durch ich habe sie runter gespült schon wieder zwei diese woche okay also durch bis morgens oder bis abends wieder bis abends dann gehst du mal in dem sein also in das zimmer von dem guten alten rex rex hieß der war es nicht koko nein das war nicht koko koko war der sie steht ja mike sie steht auf einen anderen du hast so das ist nicht das gut ending das nicht von von rex sondern dass der ist jetzt in dem von bado ist jetzt drin warum weil er sich das bados weil er sich bados reich gegangen ist weil bado jetzt auch weg ist deswegen ist er jetzt in bados zimmer bados reich versache okay nachts kann ich nur an geruna denken wenn du mir was zu sagen das kommt tagsüber da musst du doch noch tagsüber mit ihm ist schon tut mir leid ich habe das spiel nicht 100 prozent kopf ja ich weiß du bist du die quest ausländisch wenn du willst das ist weg ja die geht jetzt noch mal raus und red mit dem müsste ich war noch nie in seinem zimmer drin ja der will mich einfach schlagen ja das ist bado bevor die sache also bis vorunter gekommen ist noch mehr mal wieder zu mal wieder zu ja sehr kiesiger hoch oder ja der schild dahinten glaube ich ja hier genau es gab kumpel jetzt ist auch eine sprachblase mike hast du dir meinen brief gegeben naja du machst das muss ein witz sein es kann doch ein witz sein dass sie wirklich den verrückten auf dem klo gegeben ich habe dir gesagt dass du das nicht tun darfst so oft habe ich es gesagt leute wie du die der liebe andere am dick stehen sollten von einem vogel getreten werden ich bin habe jetzt nicht mehr dein freund aber ich hasse mike ich habe wir waren und die freunde der die hosen voll glaube ich na gut dann resetten wir und machen das was denn was denn du gehst jetzt noch mal abends zu ihm weil das was passiert mit ihm ist super lustig heute ein verhandelt es ist der character der es am meisten verdient hatte möglichkeit aber ich ich finde das andere aber schöner aber das ist lustiger und warum habe ich dann ich bin gerade verwirrt was von beiden entscheidungen jetzt das richtige gut ending ist ich weiß es kann überhaupt nicht ist noch nicht hier drin doch hier die hat mich voll und die was wäre mir das papier geben du bist der galante junge mann von neulich schön dich wieder zu sehen dank dir habe ich meine groß gefunden ihn hier und über diesen brief von ihm gebracht hast durch diesen wunderschönen liebesbrief habe ich mich in hand und drehen verliebt er fühlt mein herz aus lässt es höher schlagen und im selben moment still stehen ich fühle mich so lebendig ja juwelen das ist das assholz sein hilf menschen naja ich habe mir im geist geholfen kein mensch aber danke ok jetzt wissen wir aber wirklich was also geliebter auch geliebter ich bleibe für immer bei dir okay das kann ich mir nicht mehr geben das ist mir zu viel ok leute hier sind wir wieder ja und wir machen jetzt die andere wie so ein kleines kind mit dem spielzeug ja ich weiß schon was das von der wird so gibt mir noch mal den brief ja 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 was habe ich schon schon du hast ja schon wir haben ja so und jetzt gibst du ihr den sprich bevor du in dem brief geht immer jetzt mal hoch zu dem zu dem einen zu koko und reden aber sagt nichts anderes also gehen wir noch mal zu ich bleibe ich weiß dass man hundertprozentig mit koko noch reden muss ach koko ist so hübsch und äh was brief ja ein brief für mich hat vielleicht von koko doch nicht was soll das ist nicht lustig ach so nee nee ich will ich will schon den brief geben ja bitte sehr danke von wem ist er also die handschrift ist sehr krakelig aber egal mal sehen was da steht meine liebe für dich ist weiter als der himmel und so stark wie ein sturm ich möchte dass du meine freundin wirst dein ritter rex rex treibt er sich nicht immer mit bardo herum und dieser liebesbrief ist von eben diesem rex ach du liebe güte aber der brief ist so schön und so voll am gefühl vielleicht sollte ich mich wirklich mit rex verabreden was rede ich da was würde wohl koko denken wenn er davon wüsste sagen wir doch einfach mal was würde er wohl denken er sagt sich so okay mir egal so koko sagt jetzt so ja mir egal steht sowieso auf meiner nach ich muss dir vorstellen das ist so eine folge ich weiß nicht ob du diese amerikanischen schulsendungen kennst das ist eine folge gerade davon okay na was gibt's neues mark was sagst du da die grunde hat einen liebesbrief bekommen das also wir schwimmen für sie weißt du zufällig war es die vor Ort äääh du weißt es nicht aber ich muss es wissen was solls die grunde und ich sind sowieso nur freunde mehr nicht sie kann sich verabreden mit denen sie will ich hatte mich da raus und so aber was ist denn mit moralen anstand an der ritterschule es ist andererseits nicht die ideale liebe zu lieben wie man will ist eine liebe die diese bedingung nicht erfüllt überhaupt liebe es ist meine pflicht ihr recht darauf zu lieben wen sie will zu beschützen aber auch ich habe ein recht darauf zu lieben wie ich möchte oder doch nicht Mike äh keine ahnung liefst du sie? was redest du für eine Unsinn Mike? es wird mir nicht in den Sinn wie du auf solche abwegigen Gedeuten kommst naja könnte sein ja könntest du vielleicht fragen was sie tun würde ok muss ich jetzt die ganze Treppen hoch Treppen runter Treppen hoch Treppen runter und die ganze Zeit ja er liebt dich oh ja sie liebt dich Mike holt euch einfach oh was ist denn hier? das wird nicht ein Brief geschrieben oder? äh äh irg ja das war ein sehr schöner wie vielen Dank ach war es so toll war gar nicht und äh was sagst du? also ich äh bitte mitte bitte sag meine Freundin sag ja warte oh nein es ist wirklich wie so eine amerikanische Show bitte nimm mich war denn meine Freundin was zum was redest du da? äh wenn der so ist dann dann werde ich Coco aha wusste ich es doch sie hat nur Augen für mich warte was ich fasse es nicht Wirklich? Bin ich wirklich gut genug für dich? Oh ja, ich bin so glücklich, danke. Es kann doch nicht. Super wäre es, wenn er trotzdem mit dieser Geisterhand zusammenkommen würde. Egal was passiert. Mike, als du mir von dem Brief erzählt hast, habe ich endlich verstanden. Ich habe endlich erkannt, dass ich sie liebe. Ich wollte nicht, dass ein anderer sie mir wegnimmt. Hättest du mir nicht von diesem Brief erzählt, hätte ich das vielleicht nie bemerkt. Ich kann dir auf gar keinen Fall genug danken. Ja, da dankt er mir aber wirklich. Also, die habe ich jetzt diesmal verdient. Naja, okay. Ich war trotzdem irgendwie nicht ganz so nett zu dem anderen. Das hat er verdient. Es ist aus. Alles ist aus. Das ist Mike. Willst du nicht immer mein Leid lustig machen? Lass mich hier in Ruhe. Ja. Muah. Leiderex. Ich finde es super, dass ich immer noch ein Vampir bin anscheinend. Ne, der Spiegel ist einfach nur so schmutzig, weil er das nicht sauber macht. Also ich wollte schon sagen, Bardo ist doch der letzte, der seinen Spiegel sauber macht. Und Rex macht Bardo Spiegel hundertprozentig nicht sauber. Wer ist er denn? Mach doch nicht die Spiegel von anderen sauber. Er wohnt zwar in dem Zimmer jetzt, aber... So, wir wollen Grus jetzt seinen Trank geben. Und deswegen schlafen wir in seinem Bett. Richtig. Ich meine, wir würden das nicht tun. Jeder würde im Bett der anderen schlafen. Also ich mach was. 10,50, 56, 57. Puh. Puh. Guten Abend Mike. Ich habe weiter trainiert, aber ich komme irgendwie nicht voran. Vielleicht bin ich einfach wieder zu schlapp. Ah. Das ist ein Auslauertank Mike. Kann ich noch einen trinken? Noch einen Red Bull? Also irgendwann wirst du aber abhängig davon. Ja? Danke. Ich bin doch mal zu frei. Oh ja. Ich fühl mich wieder wieder geboren. Meine Möglichkeit ist voll entflogen. Manchmal mache ich mir Sorgen. Wird das ewig so weiter gehen? Wie lange muss ich so weitermachen, bis ich stark werde? Was denkst du Mike? Wie viele Legeschütze muss ich wohl noch machen? Tausend. So viele? Der Weg zur Stärke scheint mir steil und steinig zu sein. Das ist alles klar. Ich werde stark sein. Kommt bald wieder und seht ihr an, was ich erreicht habe. Irgendwann so Endgame hat das einfach so Muskeln. So richtig krasse Muskeln. Das wäre so lustig. Ja, das waren diese Quests. Und jetzt machen wir noch eine Quest. Ne, bevor wir die machen, machen wir erstmal die Truhen auf dieser, auf dieser, auf diesem Wolkenhaut, würde ich sagen. Achso, ich glaube du kannst ihm sogar mehrmals die Ausbauertränke geben, bin ich mir aber nicht sicher grad. Ich bau mir das einfach immer einmal. Ja, ja, mach das nicht so. Ich glaube das ist so, das ist, glaube ich, cooler sogar. Das ist lustiger, dann baut er sich auch mit uns auf. Das ist lustiger. Ja, genau. Wir kriegen ja auch Muskeln mit ihm. Anders noch. Er kriegt Muskeln mit uns. Er wird einfach, er wird einfach One Punch Man werden. Er wird noch eine kleine Platze. Wie kommt ihr das an? So laufe ich jetzt. Spielzeug, Spielzeug. Genau. Und zwar, Map ist hier, genau. Wir haben hier eine Kiste, die wir jetzt wahrscheinlich durchs Schwimmen erreichen können. Und ich wollte dich fragen, wie man an diese Truhe kommt. Ach und ich weiß nicht, ob du letzte Folge gesehen hast, aber letzte Folge hat uns Terry rausgeschmissen. Ja, hab ich gesehen. Ah, cool. Gut, gut, gut. Das ist cool. Okay, die Frage, die ich doch habe. Warst du schon, also hast du schon eine Flamme in, ich glaube der Ranelwüste hieß die? Ich habe erst eine einzige Flamme. Welche Flamme hattest du? Das habe ich jetzt nicht im Kopf gehabt. Dann kannst du auf die eine Truhe noch nicht drauf. Ach, da geht das noch nicht? Dann geht das noch nicht, ne. Ich will, ich will halt wirklich noch nicht so viel spoilern, weil du wolltest ja wissen, wie man darauf kommt. Also ich sage dir jetzt schon, wir werden es in diesem Part nicht schaffen, dafür müssten wir ein paar Part später machen. Okay, also an diese beiden Truhen sollten wir ja jetzt rankommen können. Genau, da kommst du jetzt dran. Ja, da kommst du jetzt dran. Wahrscheinlich schwimmen, oder? Ne, ich weiß auch. Also, ich will dich jetzt wirklich nicht spoilern, wie du da rankommst, Mike. Also das musst du schon selber herausfinden. Also von der Seite? Ja, guck, da sieht man Wasser, da sieht man Wasser. Ja, genau, genau. Dann guck mal, guck mal. Kann ich hier runter? Ich sehe halt nicht so die Kamera. Das 1L, ich mag das wirklich bisher, mit dem Rumreisen, mit dem Controller. Bis auf das Ding. Da unten, da unten, ich sehe es. Mike, das musstest du früher tatsächlich machen. Das musst du bei der Wii tatsächlich machen. Oh, das ist so viel besser. Unterwassersteuerung ist so viel besser. Ja, natürlich, weil du ja keine Motion-Controller brauchst. Eigentlich hinter Wasser. Schade, das geht nicht. Und das war's schon? Leute, das war mega einfach. Also wie gesagt, ich habe das ganze Spiel bisher nur mit Motion-Controller gespielt, weil ich das einfach mit dem Controller nicht enjoye. Apropos, hast du schon mal deiner Freundin nachgeguckt bei der, beim Bazaar? Machen wir gleich. Machen wir gleich. Also einmal 100 Rubine. Jetzt pass auf, nochmal 100 Rubine. Besser. Ein Herzteil. Damit hast du nur einen vollständigen Container. Deine Herz-Energie wird um ein Herz erhöht. Yeah. Bling. Und wieder ist Mike, der legendäre Held, um ein Herz stärker geworden. Yeah. Wuhu. Ich meine, guck doch das an. Das ist so viel einfacher. Statt die ganze Zeit... Nein. Dann die ganze Zeit Y gedrückt halten, weil die ganze Zeit... die Joy-Cons nicht mitkommen. Das ist so nervig, das ist so viel einfacher. Das ist tatsächlich aber bei den Joy-Cons fand ich das nicht so schlimm. Bei den Original war das viel, viel schlimmer fand ich, ne? Wir werden jetzt übrigens ein ganzes Gebiet lang mit dem Controller spielen, dann gucken, wie ich es im Vergleich finde, damit auch eine Meinung dazu geben kann. Weil ich möchte eine eigene Meinung dazu bilden. Warum wollte ich die ganze Zeit raus? Achso, ich glaube, ich weiß sogar warum. Stick driftet. Der Stick driftet. Ja, der Stick driftet. Deshalb geht das manchmal. Äh, okay. Ähm. Damit wollen wir ins Bazaar und damit unserer... Freundin reden. Also, wir sind... Wir sind nicht so feste Freundinnen. Wir sind so... Wir sind so lose Freunde. Ja. Ich habe Zelda, also. Bin ja kein Playerboy mit zwei Frauen. Das kann ja niemand. Wir sollen das selber erklären. Wir können weitergehen. Sag bloß, du bist nur meinetwegen hier. Hehehe. Aber sag mal, willst du nur mal was benutzen? Ne, ich wollte nur mit dir reden. Okay. Wieso muss ich mich dann am Abend? Ja. Ich wollte nur mit dir reden. Dann muss ich es einmal ja sagen und dann nein. So. Ähm. Ja, ja. Vielen Dank und so. Ich weiß, dass wir immer wieder mit dir reden müssen. Aber ich sage noch nicht warum. Und ich brauche denkend ein neues Schild. Was ist das für ein Schild, Ingi? Ist das besser als das hier? Ähm. Also, sagen wir uns nur. Das ist besonders für die Ranelgwies, wo du später hin musst. Sehr, sehr wichtig. Ne, ich finde dein heiliges Schild. Ich weiß, dass es aber richtig von selbst und widersteht. So wie Feuer als auch Elektronenangriffe. Nur geht er zu meinen Bedauern sicher kaputt. Aber meins lohnt sich? Ja. 500? Du kannst... Ja. Also, musst dir vorstellen, ich habe das ganze Spiel ohne Schild gespielt, ne? Ja. Der hat dann Bombenspam oder was? Nein. Soll ich es kaufen? Soll ich es kaufen? Ja, ja, ja. Also, ich würde sagen, ich habe mir generell alle Schilde geholt. Was? Und die komplett upgradeet. Deine Tasche ist voll. Du musst was im Lager abgeben. Warum ist meine... Was? In meiner Tasche ist voll. Zeig mal. Zeig das mal bitte. Deine Tasche ist voll. Ach, ist da hier kein Platz? Hier? Nee, das ist kein Platz. Den brauchst du. Dann musst du auch Batterie kaufen. Ach so. Äh, am besten packst du die Bombentasche und so weg. Das sind eigentlich relativ unnötig. Die brauche ich im Moment nicht. Also, die Dekonlässe brauche ich sowieso im Moment nicht so oft. Deshalb tue ich die erstmal weg. Die Bombentasche brauche ich auch noch auf. Nicht ganz so oft. Tatsächlich. Ich habe es wie gesagt, ich habe wirklich nur Flaschen drin gehabt. Und halt Sachen, womit ich halt mehr Leben bekomme. Also mehr Herzen bekomme. Okay, let's go. Heiliges Schild! Dank der Kraft, die ihn durchströmt, repariert er sich selbst. Er ist nicht so haltbar und zerbricht leicht Wert dafür. Aber Feuer, Elektrizität und Flücher. Heiliges Schild! Heiliges Schild! Es ist mir eine Freude, mir durch die Chefs zu machen! Okay... Hi! Ähm... Die können wir uns noch nicht leisten, glaube ich. Sind noch gar nicht so wichtig im Moment. Ne, der ist noch nur die kleinen, ne? Ja, die lohnt sich gerade noch nicht, glaube ich. Du hast ja die mittelgroßen. Kann ich vielleicht irgendwas upgraden? Items verbessern! Daran wäre ich interessiert. Ähm... Moment... Was kann ich denn alles upgraden? Uh... Die kannst du noch prozentig upgraden. Okay... Ach, schade. Die Bienenlarven hast du noch nicht? Was habe ich noch nicht? Die Bienenlarven. Die Bienen habe ich gefangen. Ja, aber die Bienenlarven... Was meinst du mit Bienenlarven? Steht doch da, was du biötigst. Zwei Bienenlarven. Wie krieg ich die denn ja? Was hast du noch dafür? Lieber, kriegst du in... Eigentlich kriegst du die im Wald. Weil da sind ja dort, wo die Bienen herkommst, kannst du gegen den Baum rollen und dann fällt dieses Bienenstock runter und dann sind da einfach die Bienenlarven. Aber das zerbricht doch dann und dann dispawnt das. Nein, das dispawnt nicht. Das zerbricht dann und dann sind da diese Bienenlarven auf Boden. Wir machen uns mal eine neue Schleuder. Ja. Jawoll! Wir machen das. Okay! Weil das bestimmt ziemlich cool sein wird. Ich weiß nicht genau, inwiefern sie besser ist, aber wir werden das bestimmt lesen. So! Außerdem... Sieht die einfach viel cooler aus. Die Streuschleuder haltet er gedrückt, um mit einem Schuss einen großen Bereich abzu... Ach so, dann schießen wir doppelt oder dreifach? Äh... Du weißt, was ein Shotgun ist, Mike? Ja... Du hast jetzt im Endeffekt aus deiner Streude eine Shotgun gemacht. Okay. Okay, dann würde ich sagen, mach mal was andersrum. Dass ich... das so mach. Du verschwendest nicht wirklich mehr Moni dazu. Dadurch, ne? Dass halt wirklich, ey, ein Schuss macht Streuschuss. Okay. Aber wenn wir es jetzt geupgradet haben, würde ich trotzdem lieber das mitnehmen. Okay! Hey! Das war dann alles in Wolkenhaut, glaube ich. Fürs Erste. Ich bin gerade am überlegen, ob du noch irgendwo in der Nacht vielleicht ein paar Dinger finden kannst. Hä? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das kommt erst später, dass du ehreist. Kann ich ihn gespeichern? Ja, ich glaube, der kommt später. Irgendwie hier kann ich speichern. Hier gibt's ja eigentlich. Na klein Wasser tränken konnte ich noch so viel trainieren. So stark bin ich aber noch nie geworden. Okay, brauchst du aber noch mehr, okay. Der wird einfach mal später One Punch Man. Ich sag's dir, Mike. Das ist einfach... For real. Ich stell's mir grad so vor. Ein Schlag! Wollte ich erst mal gucken, wie denn meine, äh, Sachen mit dieser Steuerung funktionieren. Der magische Krug. Ach, das ist dann doch mit Gyro? Jo. Weil das einfach, glaub ich, am angehendsten mit Gyro ist. Ach, und dann kann ich mich auf einmal damit drehen. Ach, wow. Wow. Okay, aber das hier finde ich tatsächlich sogar in Ordnung. Also das hier ne Ersteuerung, ja. Okay, lass mal sehen, was ist mit der Peitsche? Hä? Wie benutzt ich die denn? Du musst, äh, das ist schlagartig. Oh nein! Doch! Das ist genau das Ding. Obwohl, warte ich einfach nur nach oben. Das ist, wenn das funktioniert, ist das okay. Wenn das funkt. Ja, komm. Allgemein mit dem alten Problem, also, ist das nicht so schlimm. Greifkä... Oder auch der hier. Den hier fühle ich überhaupt nicht gut. Also das ist wirklich schrecklich. Von allen bisher. Ja. Was ist das? Spielzeug, Spielzeug! Äh, den Greifkäfer wollte ich mal ausprobieren. Ja, okay, der ist richtig gut eigentlich. Ja, aber das ist halt, glaube ich, auch ne Standardsteuerung, die du bisher in jeglichen Spiel hatten, wo die, äh, irgendwas Fliegendes haben. Und die Streuschleuder, die neue. Ich mein, das Aimen ist halt einfach faktisch besser, weil ich den hier machen kann. Mit dem Steel. Du brauchst auch nicht wirklich jetzt Aimen, du hast ja jetzt ne Shotgun. Also bisher würde ich sagen, ist diese Steuerung mit der kompletten Joycon-Steuerung 1 zu 1 gleich. Also nicht gleich, aber halt beide gleich gut auf ihre eigenen Level, würde ich jetzt bisher behaupten. Ähm, okay. Dann wollen wir jetzt mal ihm hier helfen. Und Inge sagt mir, wo seine, was war das, Tochter oder Schwester oder so ist? Ja, ist seine Frau. Achso, seine Frau. Okay, dann hat er das. Schau mal auf die Karte. Ja, wenn ich kann. Karte, mal gucken. Ähm, die müsste, geh mal, du siehst doch dieses Quadrat, was da ist, ne? Also nicht die Quadrat, sondern dieses Kreis unten links. Der grüne Kreis, der bunter Kreis, genau der. Siehst du, hat die, da rechts diese grüne Insel. Okay. Da sollte sie drauf sein. Okay. Welches Richt in den Kopf hat. Hab. Okay, fliegen ist. Wie war ich das? Ne, das ist. Ah, mit X. Okay. Ja, fliegen ist eigentlich auch in Ordnung. Also allgemein muss ich sagen, ich find's bisher gar nicht mal so schlimm mit, äh, ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Untertitelung des ZDF, 2020